Heute sind wir im Institut für Astronomie der Universität Wien im 18. Wiener Gemeindebezirk. Dr. Dr. Thomas Posch wird uns über das Museum aufklären, etwas über das Studium hier an der Uni erzählen und später sprechen wir noch mit Claudia Palladini über ihr kürzlich veröffentlichtes Paper über einen hoffentlich neu entdeckten Planeten. Untertitelung des ZDF, 2020